All die friedlichen Straßen Völker haben keinen Bock mehr zu sterben Weil sie selber Frieden wollen irgendwann Was sind dann schon Grenzen, was sind dann schon Zäune Was ist, wenn man sterben soll, schon ein Ozean Ei, 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 ei Es hat gerade erst begonnen und es geht nicht vorbei Ei, 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 ei Beim großen Apokalypse sind wir alle dabei All die leckeren Sachen, die wir hier so essen Die sind ja so billig und das hat einen Grund Dafür hungern andere, sie leiden und sterben Das ist kein Geheimnis, sondern ziemlich bekannt Und wenn all die anderen keinen Bock haben zu sterben Dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie dann kommen werden Dann gibt's unsere Rechnung und dann heiß bezahlen Viel zu lang ging es gut, doch dann sind wir hier dran Was sind dann schon Grenzen, was sind dann schon Zäune Was ist, wenn man hungert, schon ein Ozean Ei, 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 ei Es hat gerade erst begonnen und es geht nicht vorbei Ei, 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 ei Beim großen Apokalypse sind wir alle dabei All die tollen Klamotten, die wir hier so tragen Die sind ja so günstig und auch das hat einen Grund Dafür zahlen woanders ein paar arme Schweine Auch das kein Geheimnis, das weiß doch jedes Kind Ja, apropos Kinder, sie helfen ganz fleißig Zwar nicht ganz freiwillig, auch das weiß jeder Mann Man darf sich nicht wundern, denn all diese Kinder Irgendwann einmal groß sind und die Schnauze voll haben Was sind dann schon Grenzen, was sind dann schon Zäune Was ist, wenn man leidet, schon ein Ozean Ei, 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 ei Es hat gerade erst begonnen und es geht nicht vorbei Ei, 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 ei Wann los sind Apokalypse, so sind wir live dabei Scheiß auf Atomkrieg und scheiß auf Konamis Scheiß auf Umweltzerstörung und den Fu-Pakau Das Ende der Mannschaft hat schon längst angefangen Wir fressen uns selber über Mahlzeit und ciao Bald kommen die Gäste zu unseren Feste Da braucht man Getränke und ein bisschen Musik Dann tanzt man Apokalypse und ein bisschen Lepogo Die Party wird speziell, die Party wird chic Geomanisierung, nicht funktionierung Wann geht es super und vielen ganz weit So viel frustrierung, gibt es selbst ein Wiererung Für zu explodieren und das Anarchie Geomanisierung, die 5- Geomanisierung, die 5- Untertitelung des ZDF, 2020